Heute treffe ich Lea Schüller. Sie ist die geborene Torjägerin. Mit ihr spreche ich über mentale Stärke und wie sie unter Druck performt. Ja, ich bin dann wahrscheinlich einfach so in dem Moment. Das ist, glaube ich, dann auch mit Instinkt gemeint, dass man einfach intuitiv die richtige Entscheidung trifft.